Sie wollen eine farbige LED betreiben oder eine Batterieanzeige für ein elektrisches Longboard bauen? Mit verschiedenen Farben können Sie sehr viele Informationen vermitteln. Alle einzelnen Arbeitsschritte für die Programmierung können Sie mit diesem Video nachvollziehen. Ich verwende die RGB LED APA-106-F5. Im Datenblatt finden sich die folgenden Aussagen. Die RGB LED kann mit Gleichspannung von 4,5 bis 6 Volt betrieben werden. Das Kontroll-IC ist im Gehäuse integriert. Jede Farbe hat 256 Stufen. Die interne Frequenz beträgt 800 kHz. Über eine Leitung kann der Takt und die Daten übertragen werden. Eine externe Mikrocontroll-Einheit steuert das Farbbild. Es gibt zwei Versionen mit 5 mm und 8 mm Durchmesser. Normalerweise sind keine externen Komponenten notwendig. Hier sehen Sie die Anschlüsse. Ein Dateneingang, die Spannung VDD sowie Ground und einen Datenausgang für die nächste RGB LED. Der Controller wird mit 3,3 Volt betrieben. Die RGB LED mit 5 Volt. Das lässt sich aber leicht lösen. Auf der linken Seite ist der prinzipielle Aufbau im Innern des Mikrocontrollers dargestellt. Auf der rechten Seite die RGB LED. Um die RGB LED mit 5 Volt betreiben zu können, erfolgt ein Open-Drain-Betrieb. Das heißt, der obere Fett wird sehr hochohmig und sperrt. Über den 1 Kiloohm-Widerstand erhält Port 1.1 einen logischen 1-Pegel. Schaltet der Feldeffekt-Transistor gegen Masse, liegt 0-Pegel an Port 1.1. Die Kommunikation über einen Draht erfordert eine Ausgabe von einzelnen Bits innerhalb von 350 Nanosekunden. Die Toleranz ist mit 150 Nanosekunden plus minus sehr angenehm. Der Reset-Code muss größer als 50 Mikrosekunden sein. Eine solche Signalform lässt sich mit dem Mikrocontroller über die SPI-Schnittstelle erzeugen. Die von der RGB LED geforderte Signalform lässt sich durch die gezeigten 5 Bits realisieren. Die Zeit ist in der dunkelblauen Zeile aufgetragen. Der Zustand, logisch 0 oder 1, steht in der ersten Spalte. Danach kommt die Kodierung der 0 mit 1 0 0 0 0 0 und die Kodierung der 1 mit 1 1 1 1 0. Zunächst wird jede Kodierung in ein Byte geschrieben und im zweiten Schritt die drei unnötigen Bits entfernt. Der Titel der Folie, seltsame Vermehrung für die NRZ-Kommunikation, erklärt sich aus der Kodierung. Ein Bit wird mit 5 Bits kodiert. NRZ heißt No Return to Zero. Der Programmaufbau enthält die folgenden wesentlichen Abschnitte. Das Hauptprogramm für die Vorgabe der gewünschten Farbe, die Funktion RGB-Ausgabe mit den Teilen, erzeugen der Kodierung und Ausgabe über die SPI-Schnittstelle. Die Funktion Reset erzeugt eine Ausgabe von Nullen über 50 Mikrosekunden. Das Programm Ein-Aus-RGB-SPI-T1 steuert eine Rot-Grün-Blau-LED, kurz RGB, mit 3 Bytes an. Zunächst wird die Farbe Rot mit dem Wert 58 gleich 3a Hexadezimal ausgegeben. Die Farben Rot-Grün-Blau können später jeweils ein- und ausgeschaltet werden. Die Ansteuerung der RGB-LED erfolgt über der serielle Peripherie-In-Out-Schnittstelle, kurz SPI. Der Name des Programmes ist damit Ein-Aus-RGB-SPI-0-T1. T1 steht für Teil 1. Das Programm wird kompiliert und in den Settings überprüft, ob der Controller angeschlossen ist. Über den Keil-Debagger erkläre ich die Funktionsweise des Programmes. Der Button D mit Lupe öffnet den Debagger. Das Programm muss in das Remote-Debug-System übertragen und gespeichert werden. Da die USB-Schnittstelle nicht benutzt wird, kann diese Meldung durch OK bestätigt werden. Für die Erklärung des Programmes habe ich zwei Fenster vorbereitet. Das Fenster Call-Stack-and-Locals und das Fenster Memory-1, welches den internen Datenspeicher ab Adresse D-Doppelpunkt 0x00 anzeigt. Zuerst setze ich ein Breakpoint auf das Main-Programm, nach Init-Device. In der Variablen Rot-Grün-Blau, nach der Deklaration mit Initialisierung, jeweils der Wert 0x00 hexadezimal. Danach wird Rot der hexadezimale Wert 3a zugewiesen. Im internen Datenspeicher ist diese Zuweisung sichtbar. Mit dem Tastendruck F11 erscheint 3a im Speicher. Für Grün und Blau wird der bestehende Wert 0 überschrieben. Das Programm springt bei Aufruf der Funktion RGB-Ausgabe, Rot-Grün-Blau, auf die Funktion RGB-Ausgabe. Dort werden zuerst die lokalen Variablen deklariert und initialisiert. Das sehen Sie im Fenster Call-Stack plus Locals. Zur besseren Sichtbarkeit verschiebe ich das Fenster nochmals. Danach ermöglicht ein Breakpoint, alle Schritte auf einmal auszuführen. Die Variable RGB 0 ist ein Signed Long Integer mit 4 Bytes. Die Multiplikation mit 65.536 erfolgt, damit Rot im drittletzten Byte steht. Durch die Multiplikation mit 256 steht Blau im zweitletzten Byte. Und Blau steht im nullten Byte. Durch die Multiplikation mit 256 steht Grün im zweitletzten Byte. Und Blau steht im nullten Byte. Das Ergebnis werden Sie im Fenster Call-Stack plus Locals in der Variablen RGB 0 sehen. Es steht jetzt dort der Wert an sein Long 3A 0 0 0 0 0. 3A für Rot, 0 0 für Grün und 0 0 für Blau. Jetzt schifte ich die Variable um 8 Bit nach links. Hierdurch steht die 3A im vordersten Byte. Bei einem vorzeichenbehafteten Integer-Wert gibt das vorderste Bit an, ob es sich um eine positive oder negative Zahl handelt. Ist das vorderste Bit eine 1, wird dem Bit die Kombination 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 zugeordnet. Ist das vorderste Bit eine 0, wird die 0 0 0 1 0 0 0 zugeordnet. Die Zuordnung ergibt sich aus dem Datenblatt der RGB LED. Da 3A im vordersten Bit steht, ist der Inhalt des vordersten Bits 0. Damit wird dem Byte der hexadezimale Wert 1 0 zugeordnet. Damit Sie dies etwas besser sehen, verändere ich das Fenster Memory 1. Jetzt stehen jeweils 16 Byte-Werte in einer Reihe. Damit steht der Wert 1 0 hexadezimal an der Adresse D 0x13. Mit F11 werden die nächsten Einzelschritte ausgelöst. Der nächste Befehl shiftet RGB 0 um 1 Bit nach links. Dieses ist wiederum 0 und es erscheint wieder die Zuordnung 10 hexadezimal im Datenspeicher. Nach dem Links-Shift wird jetzt aber das Bit 1 erscheinen und die Zuordnung 1 E hexadezimal erfolgen. Damit ich faul sein kann, setze ich einen Breakpoint auf SBIO Stream rot und führe das Programm mit F5 bis zu diesem Breakpoint aus. Damit stehen alle 24 Bytes mit der gewünschten Kodierung im Datenspeicher. In RGB 0 steht jetzt 0, da die Werte beim Shiften mit 0 aufgefüllt werden. Die Werte im Datenspeicher spiegeln die Kodierung der einzelnen Bits wieder. Jetzt wird der eigentliche Bitstream für rot erzeugt, indem jeweils die vordersten 3 Bits entfernt werden. Es werden also aus 8 Bytes jeweils 3 Bits, also 24 Bits entfernt. Damit entstehen aus 8 Bytes 5 Bytes. Diese 5 Bytes können als ein Unsigned Integer Long und ein Characterwert Rot LB genannt dargestellt werden. Die ersten 4 Bytes von SBIO Stream Rot können jeweils durch Addition zum SBIO Stream Rot und anschließendem 5x Links Shift des SBIO Streams Rot erzeugt werden. Das Ergebnis des 5x Links Shiftens sehen Sie jeweils im Call Stack Locals Fenster. Ändert sich der Wert, der unsigned Long Variablen SBIO Stream Rot, wird dieser blau hinterlegt. Jetzt fehlen noch 2 Bits für den 32 Bit Wert. Durch den zweimaligen Links Shift ist Platz für die letzten beiden Bits. Das sind die beiden vordersten Bits des 7 Bytes, also des Array Wertes der Zahl 6, da mit Array Wert 0 begonnen wird. Für die Zwischenspeicherung wurde die Variable RGB Red deklariert. Die letzten beiden Bits der Variablen SBIO Stream Rot entstehen durch 3x Rechts Shift der Variablen RGB Red und anschließende Addition. Der Variablen RGB Red wird wiederum das 6. Byte des Arrays zugeordnet. Die ersten 3 Bits der Variablen Rot LB, dies steht für Rot Low Byte, entstehen durch 5maliges Links Shiften der Variablen RGB Red. Jetzt müssen nur noch die letzten 5 Bits des letzten kodierten Rot Bytes addiert werden. Das Ergebnis von Rot LB ist Hexadezimal 0. Damit ist der SBIO Stream Rot vollständig. Der Hexadezimale Wert ist 843DEF43D0. Zur Überprüfung dient der Rechner von Windows in der Ansicht für Programmierer. Der vollständige Wert wird hexadezimal eingegeben und über BIN angezeigt. Sie können jetzt den Wert wieder dekodieren. Die gleichen Operationen führe ich für den SBIO Stream grün und SBIO Stream blau durch. Hierzu wird der Breakpoint entfernt und auf die Zeile 174 gesetzt. Nachdem dieser Breakpoint erreicht wird, lassen sich die Werte für grün und blau ablesen. 8421084210 Dies lässt sich wieder einfach im Rechner überprüfen. Dekodiert ist das 0000000. Die kodierten Werte lassen sich auch direkt im internen Datenspeicher lesen. Jetzt müssen diese Werte in ein Array geschrieben werden, da das Auslesen über einen Zeiger und das Schreiben der Werte in SBIO Dat länger als 1,7 Mikrosekunden dauert. Es können in dieser Zeit maximal 5 Befehle vom Prozessor ausgeführt werden. Deshalb ist es sinnvoll, die Werte in ein Array mit 15 Bytes zu schreiben. Hierzu nehme ich das letzte Byte von blau und schreibe diesen Wert in das Array an die letzte Stelle. Jetzt hole ich nacheinander die Werte des restlichen Bytes und schreibe diese in das Array. Jetzt noch meinen Rotwert von hinten. Danach muss der Wert von i auf 0 stehen. Da 0-1 gleich 0xff ist, ist die Bedingung in der Vorschleife nicht mehr erfüllt. Und das Programm springt auf die Funktion Reset RGB. Diese Funktion erzeugt den Kommunikationsrahmen und gibt 15 mal 8 Bits gleich 120 Bits mit dem Wert 0 über die SBIO-Schnittstelle aus. Die Ausgabe alleine dauert mindestens 40 Mikrosekunden. Hinzu kommt der Funktionsaufruf und die Vorschleife. Hoppla, jetzt wurden zu viele Breakpoints gesetzt. Deshalb entferne ich die nicht benötigen Breakpoints. Danach kann der Breakpoint gesetzt werden und mit F5 das Programm bis dorthin ausgeführt werden. Nochmals das gleiche Spielchen. Breakpoint entfernen und auf Zeile 183 nach Ausführung der Funktion Reset RGB setzen. Und jetzt können alle 15 Bytes ab dem höchsten Rotwert 843DEF43D0 und dem höchsten Grün- und Blauwert 8421084210 aus dem Array in die SPIO-Einheit geschrieben werden. Über einen Zeiger und dessen jeweilige Berechnung dauert dies zu lang. Sobald die Taste F5 betätigt wird, komme ich wieder in das Hauptprogramm, zur Ausgabe der RGB-Werte. Jetzt kann das Ganze wiederholt werden und der RGB-Stream des Arrays wieder über SPIO ausgegeben werden. Die LED leuchtet rot. 2 3 6 6 11